Oh mein, da war ich jetzt für heute da. Geiler Tag. Hallo, Andi! Jetzt hast du was du wolltest, ja? Jetzt hast du gekriegt was du wolltest. Das willst du? Ich hab einmal verloren. Ja, mein Gott. Im Takti-Match. Ich bin immer noch ein Champion. Immer noch die Unified Champion. Und im Singles-Match macht mich keiner Platz. Aber ich nehme das mittlerweile persönlich. Du willst meine Jungs verheizen? Willst du mich verheizen? Du drückst uns die ganze Zeit irgendwas rein? Nur damit du am Ende deine Chance kriegst. Du bist die Chance gegen mich, ja? Ich weiss doch, du willst es doch. Ja, ich will, dass du den Titel verlierst. Ja, und soll ich dir was sagen? Und du bekommst deinen Gegner, der dich schon besiegt hat. Aber versorg, ich hab dich auch schon besiegt. Ich hab dich auch schon blatt gemacht, vergiss das nicht. Ja, aber den neuen Number One Contender hast du noch nicht besiegt, mein Freund. Wie ist dein Name, Bobby? Ich bin für dich. Ich bin für dich. Win oder los, wenn du in die Runde mit mir wirst, du kannst du auswählen. Du kannst du auswählen. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Wir sind für dich. Vielen Dank.